Hallo liebe Wachtelfreunde, heute mal einen kurzen Erfahrungsbericht von den 25 Hähnen. Wie man sieht, gefällt es denen hier sehr gut. Ich habe auch einen kleinen Schutz hier hingestellt, dass sie nicht direkt irgendwelchen Regen und Wind ausgesetzt sind. Und hier im Hintergrund, hinter dem Maschendraht sieht man diese durchsichtigen Trapezbleche, hätte ich fast gesagt, also aus Plaste. Und von oben sind sie geschützt ja durch die Plane, das heißt einen direkten Regenschlag, das ist die Westseite, sind sie nicht ausgesetzt. Und auf der Nordseite ebenfalls einen Meter hoch unten geschützt. Sie haben heute die erste Nacht im Regen draußen verbracht, aber es hat denen nichts geschadet. Also sie können auch mal kurz nass werden. Zum einen hatte ich den Platz nicht, um diese 25 Tiere weiter zu halten. Und zum anderen wollte ich mal wirklich sehen, weil einige Züchter behaupten, die vertragen sich nicht. Wie man hier auch sehen kann, gibt es immer so kleine, naja, wir hopsen mal auf den anderen rauf und versuchen zu treten. Aber richtige Streitigkeiten hier kann man eigentlich gar nicht beobachten. Es ist eine Alternative. Ich wollte die nicht mit vier Wochen schlachten. Ja, man hört es bei dem Wort schlachten, fangen sie alle an zu drehen. Sicherlich, sie picken sich mal, aber es geht immer noch. Es ist nicht so, als wenn man zwei in einem Quadratmeter Käfig sperrt. Da gibt es ja Mord und Rutsch nach. Gut, jetzt schauen wir mal, wie es in den nächsten Tagen hier noch weiter geht. Zum einen wollte ich mal das ausprobieren mit den Hähnen, wie gesagt. Und zum anderen, wie verhält sich das überhaupt, diese Tiere in einer großen Voliere gemeinsam zu halten. Ich bin ja nur ein Züchter und nicht nur Rattelhalter. Und da fallen eben auch sehr viele Hähne an. Und bevor man die dann schlachtet, sollten sie ja schon ein bisschen größer sein. Ah, hier sieht man mal wieder, kleiner Kampf. Sicherlich, es sind eben Hähnchen, aber sie vertragen sich auch nicht. Wenn es nicht mehr klappt, naja, der Kühlschrank ist auf jeden Fall das Ende. Was ich also beobachtet habe noch, sind diese Sandeimer, die jetzt nur hier drinnen stehen in der Voliere. Und die werden so gut wie nicht genutzt. Das ist überhaupt nichts. Was mich noch gewundert hat, sie sind sehr, sehr zahm. Also sie kommen zu mir, ich kann sie anfassen. Mal sehen, ob das hier funktioniert vor der Kamera. Ja, also sie laufen nicht weg. Und das ist für mich eigentlich doch ein Zeichen, dass es den Tieren hier so gut geht. Gut, okay, das war es also mal ganz kurz. Ein Hahn ist hier oben rauf geflogen. Die anderen ziehen unten an seinen Zehen. Das wird man vielleicht nicht hier auf dem Video erkennen können. Ganz böse Falle hier, aber was soll's. Ja, vorher, bevor ich hier den Schutz an der Seite hatte, konnten sie an den Rote-Bete-Pflanzen, die hier draußen sind, sich laben. Wirklich, sie haben also den Kopf durch das Gitter gesteckt. Ich hatte schon gedacht, die kommen gar nicht mehr zurück, aber es hat noch funktioniert. Jetzt kommen sie nicht mehr ran, aber die kriegen genügend Grünes hier. Kein Problem. Okay, hoppla. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.